Guten Morgen Leute, ich bin jetzt am Airport hier in Miami, es ist 4.20 Uhr und für mich jetzt heute nach Washington D.C. Die letzten Tage in Miami waren auf jeden Fall richtig cool, ich habe auch einiges gesehen, ein paar coole Leute kennengelernt. Aber ich freue mich jetzt wirklich mega auf Washington, weil das eine Stadt mit mega viel Historie ist, man in einige Museen umsonst rein kann und sowas und alles zum Fuß erreichen kann. Finde ich irgendwie noch ein bisschen cooler, mal schauen wie es mir da gefällt. So, guten Morgen aus Washington D.C. Wir gucken uns heute die Stadt an, ist auf jeden Fall megaschön, mir gefällt es schon mega gut hier. Okay, wir sind jetzt am weißen Haus angekommen, ist ganz cool, aber an dem Film wirkt das immer viel majestätischer. Und hier wirkt das irgendwie nur wie so ein großes Haus, nichts Besonderes irgendwie, aber es ist trotzdem ganz cool. Aber Washington D.C. an sich ist wirklich mega schön und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, man könnte hier einfach vom Boden essen, so sauber es ist. Ich mag die Stadt wirklich und ich genieße die Zeit hier auf jeden Fall. Ich mag die Stadt, ich mag die Stadt, ich mag die Stadt. Das war's für heute. Übrigens hat hier sonst eigentlich immer alles geöffnet, aber seit dem ganzen Scheiß mit Trump ist hier alles zu. Ein bisschen schade, aber von außen kann man auch einiges sehen und ich glaube die Museen haben trotzdem offen und ich werde morgen einen Museumstag machen. Also eine Sache an die ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen muss sind die Preise in Amerika ist echt unverschämt teuer in den Großstädten. Ich esse jetzt meistens irgendwie bei Subway, weil ich mir dann ganze Sub hole und einen Teil Mittagsessen, einen Teil Abends und für 9 Dollar geht das halt noch. Aber ansonsten, wenn man sich hier irgendwie an einem Food Truck was holt, hat man schnell mal 10, 11 Dollar für einen Burger und eine kleine Pommes oder so. Und ja, da bin ich ja ganz andere Preise gewohnt als Mexiko oder Guatemala. Daran muss ich mich auf jeden Fall noch gewöhnen. Guten Tag Deutschland, liebe Grüße aus Indien. Leute, wie Studenten ist das zu strebsteig? Herrschnüter, Schöndel die Kl appelle. Ja. Haha Musik 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 Skipper Musik 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 einen wunderschönen guten morgen aus washington dc ich schaue mir heute den rest der stadt an bevor es für mich morgen weiter geht nach philadelphia es gibt noch einiges zu sehen hier ein paar museen wollte ich mir auch anschauen bin auf jeden fall gespannt und die stadt gefällt mir bisher wirklich super gut ich liebe washington hätte ich nicht so krass erwartet aber es ist echt toll hier so mein erster stop heute ist der erling nationalfriedhof hier liegt unter anderem john f kennedy begraben ich zeige euch das ganze mal wirklich sehr beeindruckend wie das ganze aufgebaut ist so für mich geht es weiter nach georgetown das ist das älteste viertel in washington soll wunderschön sein ich bin super gespannt ob städt es so schön ist so georgetown ist wirklich unglaublich schön alles halt diese alten gebäude und wirklich toll aber es ist unverschämt teuer ich kann mir nicht mal ein frühstück leisten warum werde ich ganz schnell weiter ziehen das gebäude hier hinter mir ist übrigens das älteste gebäude der stadt das heißt der old stone house ist ganz cool aber irgendwie nichts besonderes so für mich geht es jetzt weiter ans national museum der amerikanischen geschichte und ich bin echt gespannt was man da so sehen und lernen kann ich habe übrigens super glück die ganzen museen zoos und so weiter waren wegen kurve die ganze zeit geschlossen und die haben erst letzte woche wieder aufgemacht also habe ich echt ein gutes timing ich kann das jetzt sein Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben ja immer nur die europäische Sichtweise und hier hat man mal ganz andere Blickwinkel bekommen und andere Sichtweisen auf die amerikanische Geschichte. War super cool. Funfact übrigens, früher war Fußball, also Soccer in Amerika verboten. Ich werde jetzt jedenfalls noch ein bisschen durch Washington schlendern, mir ein paar Sehenswürdigkeiten angucken und morgen geht es dann ja für mich nach Philadelphia. Hinter mir befindet sich das Theater, in dem Abraham Lincoln damals erschossen wurde. Also eigentlich kann man da auch reingehen, aber wegen Covid geht das momentan leider nicht. Es ist gerade 16 Uhr und ich bin heute schon über 20 Kilometer gelaufen. Ich bin super hungrig und gehe jetzt erstmal was essen. Ich habe mir mal einen Diner rausgesucht, also ich gehe mal typisch amerikanisch essen heute. Mal schauen, ob mir das gefällt. Also das Diner, wo ich rein wollte, hat das natürlich zu. Jetzt muss ich mir eine Alternative suchen, aber ich bin jetzt in Chinatown, hier gibt es eine Menge. Mal gucken, was ich hier so finde. Okay, im Endeffekt war ich jetzt in einem veganen Burgerladen essen. Für 14 Euro habe ich dann einen großen Burger mit Pommes bekommen, war super lecker, hat es auf jeden Fall gelohnt. Ich bin gerade ein bisschen froh, dass der andere Laden zu hatte. Ich gehe jetzt auf jeden Fall zurück in mein Hostel, werde mich ein bisschen ausruhen, werde dann noch ein bisschen arbeiten und Videos schneiden. Und morgen geht es dann nach Philadelphia. Washington hat mir auf jeden Fall mega gut gefallen, tausendmal besser als Miami. Ich habe mich wirklich ein bisschen in diese Stadt verliebt, auch wenn es halt so extrem teuer ist. Aber da kann man mal darüber hinwegsehen für ein paar Tage. Ich kann es auf jeden Fall nur jedem empfehlen, wenn ihr in Amerika seid, in den USA. Geht auf jeden Fall nach D.C. Die Stadt hat einfach so viel Historie und ist einfach unglaublich schön.